recht herzlich willkommen zur 162 folge von towns ja wir sind drinnen im spiel wir haben letztes mal unten geguckt beim friedhof ob wir da nicht so ein paar dinge daraus gelockt richten so ein paar zombies aber das spiel ist noch in pause aber das gestaltete sich ja etwas schwierig da wird noch eine abtransportiert hier müssten wir jetzt mal gerade unlock machen dann kommt doch bestimmt einer dadurch schon durch die tür aber er muss noch weiter gehen dann klappt das so und dann können wir den auch noch angreifen jetzt laufen die dann natürlich hin und her jetzt kommt natürlich einer da super super der ist natürlich tot da können wir von aus da war es das ja okay erledigt aber die schaffen den ja brauche lange ja der war es dann okay ist halt so können wir nicht ändern so jetzt müssen wir hier mal gucken so dass der kerzenschein aber naja das ist ein bisschen schwierig jetzt das dahin zu bauen das ist aber schlecht hier beurteilen ich glaube der steht in dieser reihe aber das ist ja auch nicht so schwer zu machen so von da aus so 1 2 3 1 2 3 da müsste eine hin oder dann 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ist das da 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 das herstellen wirbirds das sagen jetzt hindepth also nochmal hier hoch 1 liberator 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ne kerst önce Personen was 1 2 3 1 2 drei Kerze hier. Und dann 1 2 3 Kerze hier. Da muss er hin. Alles klar. 1 2 3. 1 2 3 Kerze hier. Gucken. Okay. Wenn wir da jetzt wieder aufmachen, kommen wir da zumindest durch, oder? Unlock Floodgate. Komm, läuft da mal einer durch jetzt hier. Allerdings kommt jetzt gleich von oben wieder einer. Komm mal da durch. Ich glaube da kommt schon der erste, ne? Oder ist es ein Soldat? Truppe Südwestern, doch es war ein Soldat. Gut, da kommt ein Geist schon mal durch. Noctur, da kommt schon wieder einer. Komm jetzt einer nochmal auf den Geist hier, oder? At Patrol Point. Ja, dann müsste es doch klappen, oder? Ja, einer geht schon. Der zweite läuft wieder weg. Naja, aber der Geist war schnell geschlagen, okay. Gut, dann nochmal Unlock Door. Ah, lange war es vor, ne? Bis die da alle durch sind. Kommt es auch vor, dass sie nicht weniger werden, oder? Sieht so aus, dass es ganz viele sind. Und ich glaube, die spawnen auch nach, kann das sein. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass die nachspawnen. Das läuft doch keiner jetzt hier durch, ne? Ist das eine Wache, oder nicht? Das ist wohl eine Wache. Ja, jetzt machen wir es dazu mal. Ich glaube, das ist keine Wache mehr, oder? Das ist ein Kasper, der da durchlaufen wollte, oder nicht? Ja, vielleicht war es doch eine Wache. Also hier laufen gerade zu viele rum, da geht das nicht. Also das Wasser haben wir ja hier gebändigt, ne? Ja, rein theoretisch könnte man jetzt auch ein bisschen was aufmachen. Also diese Mauer weg, meine ich, ne? Zum Beispiel. Unlock. Unlock. Hier könnte man noch eine Tür machen, ne? Und dann machen wir dahinter auf. Türen waren bei den Tischen und so, genau. So, da haben wir eine Tür dann. Ja, dann können wir das, wenn die Tür da ist, da aufmachen und dann können die da vielleicht reinlaufen. Gucken wir mal mal, ob wir das hinkriegen, ne? Ja, kann auch noch weg. Die machen wir alle auf Unlock. Und dann könnten wir die eigentlich hier so ein zweites Zimmer machen, sozusagen. Ich hoffe, das sind diese Steine, ne? Sieht aber so aus. Ich mach mal da zu. Und... 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 Ich glaube, da zu. Den machen wir mal weg. Einen nehmen wir wieder raus. Da kommt eine Tür hin. Da hast du es jetzt nicht gemacht, ne? Naja. Einer baut schon um. Schön. Und da einer. Gut. Jetzt kommen ganz viele und bauen das hier um, oder was? Krass. Unlock. Ist das richtig, dass es nur eine Etage ist? Ja, ne? Okay. Die Türen sind höher, okay? Fast wohl. Unlock. 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 Und... Den auch. Aber weißt du was? Wir ziehen da mal... Hier so eine Mauer rein. Und dann ist das so ein bisschen, dass die nicht sich sehen. So. Versteht ihr, was ich meine? Tür ist noch nicht da gekommen. Auch schön. Okay. Okay, da wird jemand beerdigt. Da ist der erste Stein rübergebracht worden. Läuft, ne? Mal gucken. So, so. Und da. Da hin. Und der. Da hin. Wunderbar. Dann können wir da auch eine Tür machen. Wo finde ich jetzt eine Tür? Da. Dort. Da kommt eine Tür hin. Und da hoffen wir, dass die danach auch mal kommt. Jo. Kommt natürlich keiner und macht die Türen, ne? Ist auch klar. Da ist die erste Kerze erschienen. Wenn das jetzt drei, eins, zwei, drei. Dann müsste die Kerze hier irgendwo hin. Und da ist natürlich die Mauer. Komm. Mach die weg. Und hier können wir das auch machen. Dann können wir da auch eine Kerze hinstellen, ne? Wenn wir schon dabei sind. Dann das da bitte auch. Gut. Hier unten war auch noch eine Kerze. Aber die braucht keiner hin. Okay. Na komm, hier. Das auch mal wegmachen. Schauen, dass die kommen. Die sind open, ne? Ja. Denk ich mir schon. So, die laufen hier unter Barpatrouille und warten, bis die Dinger dann kommen. Okay, da haben wir ein paar neue gekriegt. Auto-equipped. Zwei nur, okay. Aber zwei sind besser wie keiner. Komm jetzt bestimmt hier runter und sammeln hier die Klamotten ein. Move-patrouille-point. Wunderbar. Brauchen sie auch nicht. Ja, klappt erstmal, ne? Gut. Gucken wir noch nach oben, was wir da so haben. Der Berg wird auch nicht mehr bearbeitet. Keine Ahnung warum. Und hier oben. Ist noch offen. Okay. Tja. Wo fehlt es hier dran jetzt? Keine Ahnung. Da, da, dort. Das passt. Ich glaube, das müsste eigentlich bis dahin zugehen, weil das sind nur zwei. Aber einer könnte runterfallen, das wäre der. Und hier müsste es komplett gehen eigentlich auch bis dahin. Das müsste sie zu bauen können. Hier ist ein Treppenhaus, aber das soll offen bleiben. Da baut schon einer was hin. Wunderbar. Ah, guck mal, wo die Tür war, ist schon weg, oder? Ah, da hat schon was gut geklappt. Okay. Keine Ahnung, wieso. Ich glaube, da war die Tür, ne? Ne, war daneben. Keine Ahnung warum. Dann machen wir hier gerade die Mauer hin, dann wird der Stein wahrscheinlich da auch weggenommen werden. Ja, siehst du, da ist er schon. Da, 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 machen sie alles. Was hatten wir noch für ein Projekt? Ach so, oben die Steine. Ist auch schon fertig. Krass. Wäre ja jetzt nicht mitgerechnet. Und wenn wir dann da schon sind, dann würde ich jetzt definitiv sagen, ziehen wir da noch eine Mauer um die Ecke. Machen wir bis dahin. Da müssen wir dann gucken. Hier unten sind die Erdarbeiten auch noch nicht gemacht worden. Keine Ahnung warum das nicht gemacht wird. Das ist ein bisschen schade. Hier hat das alles soweit geklappt. Ja, das hier müssen wir noch wegarbeiten. Aber das passiert da nicht. Oh, kann das sein, dass es kleiner ist? Nein, er ist nicht kleiner, oder? Oh. Dick. Zack. Dick hat er nicht gemacht. Nein. Nein. So. Gucken wir mal, ob die Reihe gemacht wird, aber ich glaube auch die Reihe wird nicht gemacht. Das macht's essen. Zehn Brote, zwölf Bieren, zwölf Äpfel. Passt. Läuft. Gut, dann sind wir hier erstmal soweit für diesen Moment fertig. Ich denke, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.